und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir thomas von player gellern und dem lieben flo von fleo neo ja servus leute so in der heutigen folge haben wir ein projekt gestartet sozusagen one click heißt das ne richtig one klick heißt es ja ja klar alles klar die regeln sind wir haben uns geeinigt auf die truppen barge ich weiß gar nicht also wie viele dinge hast du ausgebildet ich habe 172 bogen und 48 barbaren ist ja eigentlich egal barge ist barge genau wir haben uns geeinigt auf barge und das ganze ding besagt jetzt wir dürfen einen gegner suchen bzw einmal auf angreifen drücken und der erste gegner der kommt den müssen wir angreifen und dabei so viel wie möglich sterne rausholen und das war es eigentlich auch schon wir dürfen keine helden benutzen keine klanburg und keine zauber und an sich war das die regeln und würde ich sagen können wir eigentlich fast schon loslegen oder ja man drücken wir auf kampf finden zählst du und dass ich und erzählen wir ist egal ja okay ich zähl runter 321 go ok ja ich auch mal gespannt wenn menschen die sterne gleichstand sind zählst also werden die prozente dann gezählt oder wie läuft das genau und wenn die prozente dann gleich sind dann geht es an den blut wahrscheinlich nicht vorkommt aber her bin mal gespannt jetzt was hier bei rauskommt ja ich auch ja das problem ist ich vergesse am anfang immer die riesenbomben irgendwie ja zu reaktivieren sozusagen denn man weiß ungefähr wo die stehe ach scheiße egal so viel ist da nicht drauf gegangen ich sage jetzt mal nichts zu meinem ich sage auch nichts dazu jeder noch dreimal noch ist nichts verloren ja noch ja also noch zweimal nicht noch dreimal insgesamt ja genau ist dein erster angriff schon vorbei mein erster ist jetzt vorbei ja okay das klingt schon mal nicht gut ja ich bin noch drin noch ein bisschen gold hier rausholen bisschen gut mit snacken genau ja auf jeden fall also technisch her hat sich überhaupt nicht gelohnt bei mir auch überhaupt gar nicht wieder ein paar truppskys nach produzieren also angriff fertig von dir oder ja mein angriff jetzt fertig okay dann würde ich sagen machen wir hier einen kleinen cut bis die truppen wieder fertig sind und dann sehen wir uns gleich wieder so wir sind dann wieder da und legen direkt zum zweiten angriff los genau dann würde ich sagen zähle ich dieses mal runter die zeit okay okay 321 los kommen kommen und der erste gegner okay 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 das muss ich irgendwie strategisch angehen hier ich mache es einfach random drauf los oder so als hat er noch klaren gruppen drin ist es sein ernst ja das ist am lieb gelaufen das ist saumies ja ich bin mal gespannt hier jetzt was da wird also loot technisch hat sich wieder nicht gelohnt aber mir geht sogar okay wo aber ein bisschen dunkles habe ich noch bekommen läuft doch ja ist okay ich habe hier ein bisschen glück der eine minwerfer ist im ausbau gerade noch okay ja läuft ich hätte zwar blitz zauber dabei aber wir haben ja gesagt keine zauber ne richtig ja ich hätte auch noch blitz dabei gehabt ja dreist gehälten oh ja ich blitz ja momentan beinahe nur noch dunkles ok ja ja aber ich habe mir angewöhnt immer wenn ich irgendwelche rathäuser mitgenommen habe und die haben dann testen draußen stehen dass ich die immer blitze ok ja bei denen musst du es auf jeden fall ja die mit den testen an den radhäusern den gehört es nicht anders ja ist wirklich so so mein angriff wäre jetzt fertig meiner ist auch fertig ok sehr gut jo mit den truppen sind wir jetzt auch noch nicht fertig dann würde ich sagen machen wir nochmal einen kleinen cut jo und sehen uns dann gleich wieder bis gleich jo wir haben jetzt bei der letzten runde bei der dritten und diesmal darfst du wieder runterzählen ja ok 321 go ach verdammt und angekommen du sagst es verdammt oh man was wird denn das für ein ding ja eigentlich habe ich verdammt gesagt weil ich daneben gedrückt habe ne ach so ok ok bei mir wegen gegner aber vom gegner her geht das eigentlich ja dann glückwunsch ach ich bin so ein idiot ich hätte erstmal nachgucken sollen ob hier irgendwo riesenbomben sind das ist wichtig der bart schnappen halt diese blöden minenwerfer und die flächen schmerzen das ist echt nervig also wenn du siehst wie schnell so eine horde barbaren weg ist das ist ja das ist brutal ja aber ich gehe das jetzt ganz strategisch an ok hoffe ich zumindest ah fuck hm 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 wo gehe ich jetzt hm hm oh und da lebt noch minenwerfer nein ah das hat weh getan die nerven sowieso am meisten oh ja man wenn ich jetzt hier schön die helden nutzen könnte ja das wäre geil aber setzt du einen kleinen vorteil oh der magierturm alter nein der geht mir übel auf den keks jetzt schon und bomben und magierturm und alles und tesla und jetzt kommt alles raus mein angriff wäre vorbei mein auch noch nicht ganz das ding hole ich mir noch oh ich bin so ein bolzen ich hätte auch die klar muck benutzen können haha egal ich glaube da wäre sowieso nicht mehr gegangen gut ich glaube bei mir geht jetzt auch nicht mehr naja da geht nix mehr da geht nix mehr hm 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 jo dann wäre ich jetzt auch fertig jo jo wie sieht es denn aus bei dem ersten angriff wie viele sterne hast du geholt bei dem ersten angriff habe ich einen stern geholt okay ich auch wie viel prozent hattest du äh 70 ach scheiße ich 51 das heißt du bist schon mal in führung okay beim zweiten angriff beim zweiten hatte ich komplett 100 prozent boah verdammt ein stern 67 okay gut also bisher liege ich vorne du hast jetzt zwei stelle gell ne 3 ne 2 2 habe ich ja genau ich habe bisher 4 beim dritten habe ich einen ja habe ich zwei hast du zwei ja damit hättest du wohl gewonnen ne dann habe ich wohl gewonnen ja verdammt äh sollen wir eine kleine bestrafung machen willst du irgendwas ja klar muss ja sein ne ja auf jeden fall nein und als letzten gegner hatte ich noch einen ratslevel 7 da ne echte ich hatte einen rat als neuner doch okay richtig mies jo äh bestrafung was was würdest du machen hm überleg mal gerade kurz bau irgendwas und stell dein loot in die mitte alles in die mitte den darfst du einkesseln und sonst nichts und die verteidigung nach außen du darfst du darfst die teslas reinnehmen wenn du willst aber die verteidigung nach außen und jo so eine base habe ich noch von der letzten bestrafung muss ich noch nicht mal umbauen haha läuft ja wusste ich jetzt nicht mal ja okay jo dann bedanken wir uns denke ich mal fürs zuschauen genau ihr könnt uns einen daumen bei dem video da lassen und ich habe auch gerne den link zum player gerne und drin da könnt ihr mal vorbeischauen und ein abo da lassen und die videos reinziehen und auch ganz schöne viele videos genauso wie ich jo ansonsten wünsche ich euch einen schönen tag und du darfst den schlusssatz sagen jo also auch an meine abonnenten falls ihr fleoneo nicht kennt schau mal vorbei jeden tagen ein neues video vorbeischauen notwendig auf jeden fall dann ciao dann macht's slalom denn